stimmt eigentlich alles richtig gemacht die schmelzofen abteilung das gibt mir die möglichkeit theoretik theoretik ja theoretik schmelzöfen zu bauern und ich habe keine einnahmen mehr haben wir die einnahmen die kann ich auf jeden fall wieder nach oben treiben ich habe nur noch hightech industrie das ist wirklich geil das hätte ich natürlich auch gerne halt hier ist noch ein warum gelogen kreative füllmittel irgendwas wahrscheinlich bald pleite hier habe ich schon die richtig großen dinger pickton polygone und pixel cool hier ist noch im bau das riesending so industrie oh strom meckert schon wieder rum also ganz ehrlich ich weiß nicht wie ich auf 1000 schwenden kommen soll ich bin es mittlerweile bei 460 am tag haben ja mal gucken das war jetzt ungünstig gelöst habe ich genau über mein erzvorkommen gebaut na mal gucken theoretisch müsste das ja hier auch noch hat denn die straßenbahn meinen ja hier kann ich auch noch was rausziehen oh ja auf jeden die straßenbahn hat echt reingehaut hat echt die straßen unten richtig leer gemacht hat gut funktioniert doch solange die straßenbahn nicht ausgelassen ist ist alles gut da sind wir gerade bei moment moment bei 17 minuten wartezeit ja so jeden fall schnafter schnurfte bäm einmal gerade das ding ausgebaut was soll denn das so was kann man denn hier noch mit veranstalten schmelzhütte was stellen die jetzt überhaupt her ach so die richtigen metall oder richtiges metall das ist cool das bedeutet dann kann ich nämlich jetzt noch metall lager dazu basteln und kann natürlich auch metall verkaufen alter da uiuiui also roherz ne macht im export 7500 für 10 einheiten das metall macht 31500 für 10 einheiten ja 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 kurz sagen damit habe ich ausgesucht meiner kann man schon mal machen gleich es wird gerade kein metall hergestellt ach so ja dann müssen wir es halt mal oh jetzt ich habe fast maximale technikerstufe obwohl das bildungsniveau gerade mal auf durchschnitt ist nach wie vor alle schüler die ich habe in der schule ach ja also alle kinder und ich bin mittlerweile aber schon bei 635 studenten naja das wird langsam und die erste hightech industrie ist pleite gegangen ja gut ist halt immer mal recht ausgebildete mitarbeiter ähm was ich jetzt aber noch in die rechnung mit einfügen muss ist dass die schmelzhütte auch kohle benötigt die muss ich dann wahrscheinlich wieder einkaufen hast du keine kohle vorkommen? nein leider nicht das ist ein bisschen ergolitsch naja krass ich kann ja noch meine grundschule kann ich noch eine neue grundschule bauen regierungsschmelzohren metallschmelzöfen produktionsrate energie aus der regionverfügung oh krass ich habe den übelsten strommangel warum das? ich habe ein kraftwerk im buch ausgebaut alter kann ich jetzt mit der bude etwa auch die gierung herstellen siehst du das gerade richtig? ja das ding ist halt dass die high-tech industrie ja nicht schon stromhungrig ist so wie ich das sehe also ich werde jetzt erstmal ordentlich strom einkaufen aus mangelnden arbeitern ok das ist jetzt ja jetzt haben wir das problem wir brauchen arbeiter du kriegst ein bisschen geld wie ihr nie zum arbeiter als ihr hört ich kaufe dir ein bisschen strom ab du kaufst mir strom ab super sache und ich glaube ich habe gerade wieder mal den simcity bug den ich schon mal hatte und zwar dass ich einfach mal keinen keinen ton mehr habe ich gucke mal ob ich das ob ich das ändern kann wenn ich zu dir in der stadt gehe ok jetzt habe ich wieder ton krass die bauen das aber auch alles so schön an der reihe hier nicht schlecht aber deine uni ist noch standard ne ist noch nichts dazu gekommen na gut brauchst du ja auch nicht ne ne die ist halt noch zu klein oh hier geil die ganze high-tech industrie richtig edel oh was will denn die uni von mir was denn das für ein gebäude unglaublich viele möglichkeiten erweitern sie sollten einmal den editor einsetzen denn hier dieses gebäude dieses chipskorb ist übelst geil was dieses runde solarpanel auf dem dach hat ja das gefällt mir sehr gut ist allerdings gerade geschlossen weil mitarbeiter gesucht ja stimmt ich sehe es gerade ist auch höchste also höchste bildungsstufe klar aber nur zweithöchste dichte also es geht noch größer noch größer geil das gucke ich mir auf jeden fall mal an naja das wird dann von der fläche her nicht größer sein ich bin ja immer ein fan von hightech industrie und so fort ich bin ja immer ein fan von hightech industrie und so fort ich bin ja immer noch geschlossen immer noch ja auf jeden fall schon ziemlich cool auch sieht vor allem immer übelst futuristisch aus mit dem ganzen komischen blauen geleuchten und geflutzeln und was halt cool ist die gebäude sehen halt alles so schön weiß aus so metallisch halt ist sauber wirken sauber ich weiß nicht ob die auch weg machen warum gibt es ja keine upgrades kurz so hat sich denn der strom und wieder beruhen die kreise ja auf jeden augen übel zu den überschuss habe ich jetzt ja toll wofür nicht mehr von dir bringt ein bisschen was panik aktionen geschoben ja das bringt gar nichts natur dann gibt es jetzt immer einen richtig schönen park bäm achso bringt einfach mal gar nichts auch ein klo nicht hätte hier mal die stunden an dann reißen wir die oben wieder ab komm scheiße ich glaube ich habe ja wirklich das problem dass meine stadt verschmutzt ist kann man das irgendwo einsehen bei diesen karten hm ich suche da gerade irgendeine map dafür gebäudedichte hier zufriedenheitskarte zufrieden sind sie ja alle wohnungsgebiets wo dreckig wie sau ja scheinbar schon grundstückspreise technikarte industrie ist da nichts los da feuer feuer windkarte bringt mir nichts botenverschmutzung hier ist das boten richtig böse hoch ach ja luftverschmutzung ja gut das ist aber alles nur also der wohnbereich ist eigentlich komplett clean und trotzdem wächst hier nichts richtig ich meine gut jetzt habe ich noch ein paar einwohner reingefriemelt das ist ganz okay hier hier war natürlich bildung so ach oh ne scheiße ich habe hier falschen bus haltestellen gesetzt dammit wie ich jetzt mit der bildung allgemein aus naja besser aber immer noch nicht gut ich werde wahrscheinlich hier noch eine schule hinsetzen müssen Eine kleine normale Schuhe Mach das So Oh, da passt nichts rein Was verkackt jetzt hier So, machen wir es gleich komplett Damit wäre das auch Färbsch Ja, machen wir jetzt hier Aber man hat es gerade nicht gehört, aber okay Was denn? Na ja, ich sag nichts Okay, gut Da ist gerade jemand zum Verrückten geworden Zum was? Ja, da ist gerade jemand zum Verrückten geworden Nein, jemand der ohnehin schon ziemlich verrückt ist Achso Wer das wohl sein kann? An sich jetzt eher seine Stange zu denken, ja Ey, das regt mich gerade mürdig auf hier Achso, ich muss mal auf schnell gehen Aus kaputt Ich habe hier die Schmelzhütte gebaut und keiner will dran arbeiten Mir fehlen einfach die Leute An die Uni upgraden! Yay! Bam! Herzlichen Glühstrumpf Das heißt, wir bauen jetzt Ohne Unterricht wollt ihr mich hier eigentlich rollen Ja Forschung starten Wir brauchen eine naturwissenschaftliche Vergebung Ich würde sagen, machen wir mal Das doch mal Oh, hier wird jetzt Stufe 2 gebaut Sehr schön Die Schmelzhütte hat immer noch keine Arbeiter Nicht so schön So Fügen Sie ein Klassenzimmer hinzu Bauen Sie die Villa Ihrer Träume Das könnte ich auch Und ich könnte jetzt eine Prozessorfabrik bauen Na ja Aber was benötigt diese? Sie kostet ja auch gerade überhaupt nicht Ähm Plastik und Regierungen, glaube ich Da zieht es ja schon über Blasen Ja, da war es so ein Wingszentrum Regierungen wollte ich gucken, ob das Ach nee Hier so ein Recyclinggedöns Regierungen machst du über die Schmelzhütte mit Kannst du natürlich auch machen Wenn du da die Möglichkeiten hast Die Schmelzhütte habe ich ja Jetzt läuft wenigstens die Produktion mal an Gott sei Dank Mein So, haben die jetzt hier schon Oh, cool Haben sogar schon Ein bisschen was Wurde auch schon was verkauft Nein Januar, achso Nach oben ist immer das Aktuellste So, damit habe ich jetzt dieses Feuerwehrproblem hoffentlich gelöst Ich könnte jetzt hier einfach ein Legierungsdingens hinbauen Und dann könnte ich auch noch Legierungen herstellen Das mache ich jetzt mal Tatsache, es stellt auch noch Legierungen her Das ist ja mal richtig pronös Was hat er Typ, der Molotow Wollte ich ihn jetzt noch bauen? Ich habe schon da vergeben Mann, mein Gedächtnis, ey Das sieht ja mit den Schulen langsam aus Dann müsste ich hier theoretisch noch Platz Oh, noch Platz Ach, das kann ich Das passt ja nicht mehr hin So, ne Ich bin Klon Ich wundere mich, warum die Schulen nicht voll werden Obwohl die Stadt immer größer wird Weil ich mal mein Bussystem aus Mit freundlichen Grüßen der Schreier Hat er Pete gerade geschrieben Ja Also Spesen jetzt kann sich jeder sein Ja, der Wahnsinn Ich glaube, meiner Mann Ja Ja Also man wird es in der Aufnahme nicht gehört haben Aber ich habe es nicht gehört Alter, Legierungen bringen sogar 42.000 Ich mache Geld ohne Ende Ich muss jetzt einfach nur ein Stück laufen lassen Und dann läuft es Schmeide ich durch Vorausgesetzt Hier tut sich was So Mal gucken, ob meine Schuhe Schuhe werden Legierung fehlt Äh, äh Kohle fehlt Legierungsproduktion Nicht möglich Umstellung auf Metall Sag bloß, der lässt sich dann keine Ich kann keine Kohle kaufen Das ist ja mal richtig blöd Doch, kann ich Ja Thema Lewop Machle